Und dann standen sie in der Kaffee-Boomys und schön. Ja, hallo Mädels! Hallo, Jenny! Wo ist denn mein Nudelsalat? Ja, leider sind die Töpfe alle leer. Guck, wir dürfen ja dieses Jahr nicht. Wir dürfen nur dieses Jahr gar nichts machen. Nichts geben, kein Schnitzel, kein Kartoffelsalat, gar nichts. Karneval fällt auf, Kieße bleibt kalt. Aber nächstes Jahr wird es doppelt so schön und dann werden alle Budenluder wieder für euch da sein.